Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einem neuen Part von The Walking Dead. Ja, bei dieser Entscheidung haben wir nicht ganz aufgehört in der letzten Folge, aber das Spiel speichert halt nicht immer, so dass man manchmal ein kleines Stückchen zurückgesprungen wird oder geworfen wird, wenn man das Spiel neu startet. Ich habe mich in der letzten Folge für Okay, wir gehen zur Molkerei entschieden, obwohl ich eigentlich glaube, dass es nicht die richtige Entscheidung ist. Aber da ich sie in der letzten Folge getroffen habe, müssen wir sie auch jetzt wieder treffen. Und ich glaube halt, dass es nicht richtig war. Ja, die Stimme schmuck gut. Ja, die Stimme schmuck gut. It's not easy, but it's keeping us alive. Or maybe you just don't want to be in charge. Well, not everyone thinks I'm so trustworthy. Because of your past. Does anyone else know? Larry weiß es, wisse mal ehrlich, es ist gut, wenn sie das auch weiß. Larry knows. Great, that can't be easy. Clementine knows. Sie war da, wenn wir in der drugstore waren, und sie fragten mich über ihn. Ich konnte nicht lief zu ihr. Was genau hat sich mit dem Senator passiert? Ich habe ihn mit dem Senator gehalten. Ich habe ihn mit dem, was er passiert. Ich weiß, was passiert. Ich weiß nur, was die Presse hat gesagt. Ich weiß nicht deine Geschichte. Manchmal, ich weiß, ob ich mit der Gruppe über die Gruppe diskutieren muss. Du musst nicht. Was passiert, bevor die Dinge in Höhe geht, nicht mehr interessiert. Ich bin nicht sicher, dass jeder das so gesehen sieht. Hm. Welchen Laden? Thema wechseln ist interessiert in... Okay, nee. Mhm. Ich hoffe. Ich konnte vieles gar nicht lesen. Oh, Alter. Oh, Alter. Irgendwie traue ich dem jetzt wenigstens dann doch den beiden. Jetzt, wo ich die hier gesehen habe, denke ich, war die Entscheidung gar nicht so falsch, zum Orkera mitzugehen. Sofern es den anderen im Motel gut geht und die sich alleine auch zu verteidigen wissen, wo wir jetzt weg sind. Hier ist es. St. John, Familie Derry. Mhm. Und da reicht ein bisschen Sprit aus dafür. Das ist eine gewisse Idee. Das ist eine gewisse Idee. Die Wormhands waren aus Macon. Sie haben sie gut da. Sie haben ein paar mehr Freunde, die in dem alten Motel stehen. Oh, mein Gott. Das Ort ist ziemlich vulnerabend. Hast du jemanden mit Erfahrung zu führen, um deine Gruppe zu führen? Ähm... Behält uns haben, fokussiert, gutes Deutsch. Sie ist wie schwer als Nählchen und hält uns auf dem, was es braucht, um zu überleben. Lily war in der Militär, wie ich. Na, das ist gut zu hören. Das Motel ist nicht das safestste Ort. Hör auf, ich dachte, du sagst, dass jemand anderes was läuft. Oh, ja. Ich dachte, sie fragte, sie fragte, um Überleben zu übernommen. Na, das ist nicht wichtig. Du bist jetzt hier. Wir werden sich sicher, dass du dir sicher bist. Dass das nicht die richtige Antwort ist, wenn wir vorher schon anders geantwortet haben. Oh, ja. Was für dich denn? Was für dich? Das hört sich doch eigentlich ganz gut an. Wirklich? Okay. Passt aber auf euch beide, bitte. Mark, Lee. Why don't you take a look around? Once you get settled in, I could use some help securing the perimeter. Is there a problem? Sometimes the dead get tangled up in the fence before they fry and end up knocking over a post. It'd be a big help if you could walk the perimeter. You can learn a little something about our fence. I'm gonna go top off the generators before they run dry. Come get me when you're ready. You betcha. This place is incredible. It's got food. And that fence? Oh man, that fence. If we play our cards right, this might turn out to be a place we can stay. So how do you want to play this? Sagen wir dafür, dass es hier sicher ist. Wir sollen ihnen helfen, so gut es geht. Before we can think about bringing our whole group here to stay, we need to figure out if this place is as safe as they're telling us. Right. Obviously they think it's safe. But is it safe enough for the kids? I noticed a broken swing over there. Not a big deal, but maybe there's other things not working that we just can't see. And checking the fence perimeter? Sounds like a decent way to get a good look at their defenders. Alright. I'll keep my eyes open and you find out what you can from Andy. Man sollte immer alles nochmal selbst überprüfen. Okay. Ich unterhalte mich trotzdem nochmal mit ihm. So what have you found out? Is this looking like a good place to stay? I'll keep looking around. Alright. Keep me posted. Gut. Dann schauen wir uns mal überall um. Lattenzaun. Der Lattenzaun ist weniger interessant. Das hier ist interessanter. You can definitely tell they built this thing themselves. Mhm. Also sie wollen definitiv sicher sein. Der Zaun wird nicht viel machen. Definitiv nicht. Hm. We. Gut, aber deswegen wird das jetzt auch nicht so viel bringen. Ach, wo kommt der jetzt auf einmal her? Ich hab Andy gar nicht gesehen. Was ist das? Generator. You guys come along with gas. Just in time. Hey, uh, don't mess with that, okay? The thing's a little tricky and I don't want to spend half a day trying to fix it again. Also hattet ihr da schon mal Probleme in die Richtung. Das ist nicht gut. Hi. Hi. Well, I'm glad you guys decided to help us out. I noticed back in the motel that you folks are pretty well armed. You've been stockpiling, huh? Yeah. Uns kann keiner was. Yeah. If anyone tries to fuck with us, they'll regret it. Well, protecting your people is important, but from my experience having that many guns around is when people get dangerous. Ah, er wird sich das merken. We can't be the first people you've invited up to the dairy. Well, no, we've made similar deals with other folks, uh, trading for gas and food, but ultimately they moved on, looking for the people they lost contact with. Okay. Mark and I can help you with that perimeter now. Oh, good. The fence will stop a walker in about three or four seconds, but it's overloaded if we leave the husks out there. You know, Mark and I can clear the fence ourselves if you want to stay here and finish up with the generators. Well, that'd be great. I'll turn off the northwest section and, uh, if you guys could strip them off and look for any weak points, well, that'd be a big help. Sounds easy enough. Stay attentive. You never know. Männlich zu sein. So how's the place looking? Is it safe enough for us to stay? If we can? It's pretty amazing what they've done with this dairy, but let's see what it takes to secure this fence before drawing any conclusions. I can't wait until everyone's out here. Everyone besides Larry. What's up with you telling him what I said about him thinking I'm dangerous? Look, you said it. You even admitted it right to him. That's it. I try to be civil at least. He's too busy being cranky to notice. There's one. Ugh. Lee, it's dead. Come on, let's push it off. Maybe the St. John boys are using this guy for target practice? Ah, poor guy. I don't know who got him first, the arrow or the fence. Either way. Hopey was already dead. Aber wenn der Zaun an ist, dann sollte man nicht hinlangen, oder? Nee, oder? Disgusting. Ja, und jetzt mit dem Pfeil. Nein, nicht mit der Hand. Kannst du es doch nicht ernst meinen? Andy sagte, wenn diese Pfeil funktioniert, gehen die Walkers auf wie ein Tresbranch auf einer Powerline. Wenn die Lichter rauskommen, dann bedeutet das, dass die Pfeil weg ist, oder? Es besser sein. Okay, ja dann dürfen wir uns jetzt trauen. Ach so, er macht's eh mit der Axt, dann ist ja gut. Oh! Oh, mein Gott. Kannst du mir vorstellen, nicht mehr über die Walkers zu beschäftigen? Ohne Benzin hat das keinen Zweck, genau. Das ist auch mein Gedanke. Aber so ein Generator hält auch nicht ewig. Diese Leute sind nur ein Land der Inevitable. Dieses Ort wird wegfallen. Just wie überall. Vielleicht bist du richtig. Da ist noch eine. Ich sehe es. Sorry, aber irgendwie... Ich kann... Ich bin mir nicht sicher, wieso sollte ich dann hier den sicheren Mim... Öh! Es hilft mir jetzt grad nicht viel. Oh, warte! Ich habe befürchtet, dass ich jetzt den Zaun durchschneide. Lecker. Wenigstens lebt der Zaun noch. Üh! Äh! I can't stop thinking about dinner. Thanks for the rations earlier. It's not easy eating in front of the kids, but... It's all that's keeping me on my feet right now. I'm hungry too, Mark. Do you think they're gonna be good for it? Dinner for a whole group of people? If they've got as much food as they say, I... I think so. Hm. Aber schlau ist es ja nicht gerade. I think I see where they're getting in. This one must have knocked it over trying to get through. He's tangled up in there pretty good. Come on, help me get this thing back in place so we can get Mr. Crispy off of here. I think we get better leverage from the other side. Good idea. Hm. Gefällt die Situation nicht. Gefällt die Situation absolut nicht. A little help here, Lee? Entschuldigung. Aber mir gefällt die Situation hier absolut nicht. Oh oh. Oh. Ich will das nicht machen. Ich will das nicht machen. Ich hab das befürchtet. Oh fuck. Wer ist denn das? Wer ist denn das? Wer ist denn das? Ich hab das nicht gemacht. 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 Und jetzt was? Mit der Fenster auf dem Garten ist der einzige Weg weg. Wo ist der Essen, du scheiße? Oh okay. Ich verstehe. Komm. Können wir den schieben? Ah, Moment. Hier, der Ganghebel. Was? Vielleicht hinter dem Traktor? Okay. Ich dachte halt, wir könnten den Ganghebel lösen. Wow. Können wir es jetzt schieben, das Ding? Ich kann das alles jeden Tag machen. Gucken wir noch nicht. Oh, fuck. Ach, hier, deswegen. Schnell. Was? Erreich. Oh, fuck. Ich hätte laufen sollen. Ich bin gestorben. Alles klar. Sehr schön. Oh, okay. Sie sind tot. Sehr schön. Anklick, um fortzufahren. Hm. Machen wir mal. Wird nicht beinahe, die Aufnahme beendet. Holy fuck. Was ist passiert? Die Fenten sind auf. Warum würde er die Fenten aufhören? Er weiß, wir sind hier. Hm. Was ist denn? Geh zu dem Gate. Handelt es sich wohl um Leute, die eben Essen haben wollten. Das. Ich weiß nicht, ob es wirklich Banditen sind. Wer ist denn das? Keine Idee. Schön fürs Zuschauen und, ähm, Entschuldigung von dem bösen Cliffhanger. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.